Karl Valentin, zwei Briefe an Liesel Karlstadt, 1936 Liebe, gute, einzige Lizzie, dein Brief erhalten. Verlange von mir nicht ein langes Schreiben und eine Rechtfertigung. Ich bitte dich mit aufgehobenen Händen, verzeih mir alles, was ich getan habe. Ich will so werden, wie du es willst. Ich wusste ja nicht, dass ich so bin. Ich bleibe in Zukunft dir eine treue Seele und ich verlange mir, solange du lebst, nichts anderes mehr als dich. Und ich werde für dich sorgen, wie eine Mutter für ihr Kind. Du hast zu mir so oft gesagt, ich bin ein guter Mensch. Nur in deiner Krankheit hast du das alles anders empfunden. Schreibe mir sofort, dass du mir wieder gut bist, wie du es immer warst. Liebe, gute Lizzie, schreib mir sofort, dass wir wieder zusammengehören, krank oder gesund. Ich verlasse dich niemals und arbeite nur mit dir allein oder gar nicht. Dass ich nicht mit dir nach München gefahren bin, ist nicht meine Schuld, sondern Herrn von Trenk hat es absolut haben wollen, dass ich weiterarbeite. Du willst es haben, sagte er mir. Wenn Herr von Trenk dem Herrn Schindler schreibt, ich muss sofort zu dir kommen, komme ich sofort. Liebe, liebe Lizzie, schreibe mir sofort. Ich tue alles für dich. Du musst wieder gesund werden. Es geht nicht anders. Ich habe auch ohne Wissen von Herrn Trenk Herrn Geheimrat geschrieben, vor ungefähr drei Tagen und habe ihn innigst gebeten, er möge alles aufwenden, dich wieder gesund zu machen. Ich erwarte den Brief heute. Herr Dr. Seif habe ich auch vor fünf Tagen geschrieben. Auch von diesem erwarte ich Antwort. Nun, liebe, liebe, gute Lizzie, schreib mir sofort, dass wir wieder zusammengehören wie ehedem. Dein Valentin, bitte mit Flugpost. Liebe, liebe Lizzie, lebe für mich. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Gott sei mein Zeuge. Halt aus, halt aus. Liebe, liebe Lizzie, du hast gestern Abend gesagt, ich habe ja gar niemand mehr auf der Welt, der mich mag. Ich bin ja ganz verlassen. Ja, das konntest du aber nur in deinem jetzigen Zustand sagen. Denn dich hat ja wirklich alles lieb, jeder fremde Mensch sogar. Und wenn er dich nur eine Stunde kennt, ist schon ganz verliebt in dich, ob Mann oder Frau. Also gerade bei dir stimmt das Lied überhaupt nicht, in welchem es heißt, Verlassen bin ich. Und erst ich. Meinst du, dass ich von deiner Seite gehe, auch wenn du jetzt in die Pension ziehst? Ich setze mich neben dich, so wie du es haben willst. Ich lese oder schreibe, aber ich bin bei dir. Du bist nicht verlassen. Ich verlasse dich nie, solange ich lebe. Und diese Worte werden dir neue Kraft und neuen Mut und Gesundheit geben. Dein Valentin Du bist nicht verlassen. Vielen Dank.